Ist Tod vielleicht doch gar nicht unbedingt Tod? Diese Frage spiegelt eine echte Urangst vieler Menschen wider. Aktuelle Untersuchungen mit Schweinehirn lassen das vermuten. Fachleuten aus den USA ist es nämlich gelungen, in den Organen stunden nach dem Tod der Tiere zelluläre Funktionen wiederherzustellen. Clixoom Science & Fiction! Hier gibt's täglich faszinierende Science-Videos, abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! In vielen Medien wird dieses Forschungsergebnis aus den USA als medizinisches Wunder gefeiert. Das renommierte Fachmagazin Nature widmet dem Thema sogar seine Titelseite. Die Zeit zurückdrehen, heißt es hier. Die heiß diskutierten Forschungsergebnisse erinnern stark an Frankenstein und kommen von dem Hirnforscher Nenad Sestan von der Yale School of Medicine. Sein Team hatte für das Experiment Schweineköpfe aus Schlachthöfen genützt und das Hirn der Tiere herausoperiert. In einer extra dafür entwickelten Perfusionsmaschine namens Brainex wurden diese sechs Stunden lang mit einer komplexen Mischung aus Nährstoffen und künstlichem Blut durchströmt. Das Ergebnis ist erstaunlich. Denn die Fachleute wollen Lebenszeichen beobachtet haben und das, obwohl diese Behandlung ganze vier Stunden nach dem Tod der Tiere gestartet wurde. Dazu der Forscher Nenad Sestan. Das Gehirn scheint ein bisher unterschätztes Potenzial zur Wiederherstellung bestimmter molekularer und zellulärer Aktivitäten zu besitzen. Konkret verlangsamte sich der Zelltod der Nervenzellen und in einigen Fällen konnten demnach sogar Zeichen von Funktionsfähigkeit nachgewiesen werden. Sauerstoffhaushalt und Energiebalance in den isolierten Gehirn normalisierten sich und noch mehr. Bei der elektrophysiologischen Stimulation in Hirnschnitten ließen sich den Angaben des Forschungsteams zufolge sogar synaptische Aktivitäten nachweisen. Dieses Ergebnis erinnert an eine aufsehenserregende Studie von vor 50 Jahren, in der Gehirne von Katzen und Affen eine Stunde nach einem Kreislaufstillstand wiederbelebt werden konnten. Nach Angaben der beteiligten Fachleute zeige das aktuelle Experiment, dass dies auch noch nach mehreren Stunden möglich sei. Doch an dieser Stelle muss eines deutlich gesagt werden. Eine messbare Funktion des Gehirns als Ganzes ist keinesfalls nachgewiesen worden. Dazu heißt es in der Studie, zu keinem Zeitpunkt haben wir organisierte, umfassende elektrische Aktivität beobachtet, die auf Bewusstsein, Wahrnehmung oder andere höhere Hirnfunktionen hinweisen würden. Detaillierte Untersuchungen dazu waren im Vorfeld von der Ethikkommission untersagt worden. Und so hatten die US-Fachleute die Nervenaktivität extra durch bestimmte Blocker unterdrückt. Das Forschungsteam selbst feiert die Ergebnisse dennoch. Auch wenn diese derzeit noch nicht für konkrete klinische Anwendungen genutzt werden können. Doch in Zukunft könnte diese Methode eine bessere Möglichkeit bieten, tote Säugetierorgane zu untersuchen. Langfristig gesehen hoffen die beteiligten Experten und Expertinnen, dass ähnliche Verfahren zukünftig auch bei Patienten und Patientinnen mit Hirnschäden, wie beispielsweise einem Schlaganfall zum Einsatz kommen könnten. Durch die Präsentation dieses Experiments in vielen Medien kommen ethische Fragen auf. Bedeutet Tod gar nicht unbedingt Tod? Wann ist ein Gehirn wirklich Tod? Müssen wir unser Verständnis des Hirntods überdenken? Fest steht. In Fachkreisen wird die Studie stark kritisiert. Und zwar nicht wegen der Methodik, sondern weil sie unbegründete Diskussionen aufwerfe. Das sagt zum Beispiel der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates Peter Dabrog. Die Präsentation der Studie im Fachmagazin Nature sei nicht angebracht und unnötig sensationsheischend. Schließlich ginge es thematisch um das Aufflackern von Lebensspuren auf zellulären Ebenen. Keinesfalls sei es nun angebracht, die Definition des Hirntodes in Frage zu stellen oder gar zu überarbeiten. Dazu Peter Dabrog. Das Hirntod-Kriterium grundsätzlich in Frage zu stellen, scheint mir nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht richtig zu sein. Denn es zielte ja nie auf die zelluläre, sondern die funktional-systemische Ebene. Und auch andere Fachleute, die nicht an der Studie beteiligt waren, betonen die strengen Regelungen in Deutschland bezüglich der Hirntoddiagnose, vor allem bezüglich der Organtransplantation ist das natürlich eine sehr emotionale Thematik. Und die Definition des Todes über das Gehirn ist hier entscheidend. Fest steht. Eine Entnahme von Organen in Deutschland darf grundsätzlich erst nach dem Hirntod stattfinden. Nervenzellen im Gehirn sterben schon nach wenigen Minuten ohne Sauerstoffversorgung ab und entscheidende Hirnfunktionen fallen irreparabel aus. Zwei Mediziner müssen vor einer Organentnahme übereinstimmend und nach mindestens zwölf Stunden erneut Ausfallsymptome des Gehirns diagnostizieren. Können wir unser Gehirn hacken? Super Video von Dr. Watson anklicken. Und natürlich bis zu dem Ende schauen und Dr. Watson abonnieren. Bis dann. Bleib dran.